Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, warum starten wir heute auf diesem Bildschirm? Ganz einfach, wir haben Eisenstadt vergessen. Eisenstadt ist ja auch eine Landeshauptstadt und auch die wollen natürlich Güter und Waren und Maschinen und das ganze Zeug haben. Somit werden wir heute die Güterlinie Richtung Eisenstadt bauen. Ich habe offscreen noch ein bisschen den Lkw-Verkehr verändert, das heißt wir haben jetzt auf allen Lkw-Linien, sowohl in den Städten als auch hier über Land, die neuesten Lkw-Modelle, die es quasi zur Verfügung gibt. Das sind die Opel Blitz, alles richtig eingestellt, kontrolliert, damit dann nachher nichts schief läuft und das ganze offscreen, damit du dir das nicht immer wieder geben musst, wenn ich da etwas quasi umstelle. Gut, das nächste ist, wir brauchen die Güterlinie Richtung Eisenstadt. Das ist nicht das Problem, was ich aber gleich machen möchte, ist mal zunächst hier auf Pause drücken. Dann möchte ich diesen Bahnhof, Oberleitung ja, Trassenanschluss ist mir egal, Hochgeschwindigkeit ohne Kurve, Anzahl Gleise anwenden. So, und sieht schon um einiges besser aus. Genau. Das nächste auf meiner Liste ist, wir müssen unbedingt... Wir müssen hier unbedingt etwas umbauen. Und zwar... Dieses Depot kommt weg. Das war jetzt scheiße. Sorry für das Wort, aber das war jetzt... Das war jetzt nicht gescheit, was ich da gemacht habe. Kollision. Warum Kollision? Weil dann Signal ist. Egal. Dann bauen wir das alles neu. Kannst du jetzt auf deine Linie zurück. Ja, das macht er auch. Das ist gut. Ein bisschen schneller. Und wieder Pause. Dann kann ich ihm das Gleis da wieder wegnehmen. Und meinen Schaden quasi reparieren. Das nächste, was ich machen möchte, ist gleich... ...dem ganzen hier ein Upgrade verpassen. Ja, das können wir hier gleich machen. Epocleis ist es mir egal. Ein bisschen buckelt das Ganze hier, oder? Weißt du was? Das bauen wir alles neu. Mal auf da. Das machen wir so weg, 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 weg. So. Das war nicht so jetzt der Plan. So, ich hoffe, dass ihr das absenkt. Gut. Hochgeschwindigkeit. Oberleitung. Ja. Nehmen wir das... Nehmen wir das Gleis hier. Schließen hier an. Das gefällt mir nicht. Dann machen wir das hier so. Nehmen wir das Gleis hier. Und das hier. Dann fahren wir ein Stück parallel. So. Was wir jetzt hier brauchen, ist... Wie sieht das aus? Das sieht ekelhaft aus. Das nochmal weg. Wie ist das schöner zusammen? Ja, so sieht das Ganze viel schöner aus. Ja, so machen wir das. Dann kommt hier dieses Signal. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Das kommt hier hin. Dann machen wir hier schon einen Block. Das war jetzt von mir ein bisschen ein Fehler. wieder irgendwo parallel. Die sind immer etwas versetzt, aber das soll uns ja nicht stören. Das sind ja sowieso unabhängige Gleise. Und zwar... Und zwar... Und zwar... Hier... Hier... Und hier... Dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob er das auch erkannt hat. So... Das gefällt ihm. Sorry, das gefällt ihm jetzt. Gut. Das können wir ruhig so lassen. Dann fahren wir jetzt mit dem Gleis da gerade aus hinüber. Wo ist Wiener Neustadt genau? Ah, Wiener Neustadt-Eisenstadt ist da drüben. Da haben wir ein schönes Gleisvorfeld. Jetzt müssen wir da aber trotzdem rüber. Will ich aber eigentlich so gar nicht. Das bedarf eines Umbaus. Das bedarf eines Umbaus. Dann... Und das Ganze hier weg. Ausbessern hier. Das machen wir gleich wieder an. Das machen wir gleich wieder an. Ja, das Einzige, was wir noch hier machen müssen, ist... der Bahn über gar nicht. Ich hoffe, es gibt schon was Moderneres. Ja, dann nehmen wir das. So, wo ist der Industriebereich in Eisenstadt? So, sorry, ich wollte dich nicht wieder anreuspern, aber... die Stimme hat schon wieder versagt. Industrie, na bitte! Ist doch perfekt! Tut mir leid, daß uns weg. Und der Güterbahnhof. Ein einzelner Güterkopfbahnhof. Keine Spitzkehre. 200 Meter werden ja wohl reichen, oder? Ohne Kurve. Kein zweiter Straßenanschluss. Oberleitung. Hochgeschwindigkeit. Ohne Zusatzgleise. Naja. Ich finde das gerade genial, dass es keine Kopfbahnhöfe mehr gibt. Hm. 200 Meter. Hochgeschwindigkeit. Ja, Straßenanschluss. Perfekt. So. Wie sieht das aus? Wo kommen wir her? Aus welcher Richtung? Wir kommen in etwa aus dieser Richtung. So. Dann kriegen die noch eine Straße von mir. Dann sollte das Ganze ein bisschen besser angeschlossen werden. Wir werden aber hier trotzdem so eine Lade-Randbecher hinsetzen. So. 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 können wir das Ganze noch ein bisschen ausradieren. auch, dass das besser aussieht. so. 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 Ich will nur was schauen. Könnten das drin sein. Tunnelrohr brauche ich nicht. Dinge haben wir genug.. ah. das sind diese funktionsobjekte, das habe ich sie gefunden. Aber ich will eigentlich Bäume. Baumwerkzeug, Laubbaum. Oh, sorry, das geht ja gar nicht. Wo war denn das jetzt? Und zwar hier. Baumwerkzeug, Nagelbäume. Aber das Spiel hängt sich jetzt nicht auf, dass das Kollisionsobjekte sind, weil die setzen sich einfach hin. Ja, warum mache ich das jetzt ganz einfach, weil wir sozusagen hier schon fertig sind. Also fertig. Ich würde ihn einfach verschönern. Wir sind fertig, sind wir hier sicher noch nicht, aber wir sind zumindest mal auf einem guten Weg. Und ich möchte das jetzt einfach mal hier so ein bisschen abschließen. Da können wir noch ein Bäumchen hinsetzen. Und da setzen wir noch ein Bäumchen hin. Und hier. Hier. Ich lasse jetzt mal auch noch ein bisschen was hin. So, da ist eh schon ein Tunnel. So. Sieht gleich viel stimmiger aus. Haben wir noch irgendwas, was wir platzieren können? Will ich noch irgendwas platzieren? Ja, was da alles gibt. Ah, da muss ich mir mal in Ruhe ansehen. Das ist ja grenzgenial, was da alles für Sachen gibt. So. Jetzt aber. Los geht's. Das sieht doch gleich viel, viel schöner und stimmiger aus, oder? Machen wir mal ein paar andere Ansichten. Da sind wir gleich gerädert auch. Okay, da tut sich nicht wirklich viel. Das springen wir eigentlich nie noch vor. Oh, das sieht doch auch schön aus. Sorry, 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 sorry. Ja, ich finde dieser kleine Absturz vorhin und diese, wie soll man sagen, diese Umschau im Workshop hat das Ganze doch, finde ich, ein bisschen schöner gemacht. Ich finde die Gleise jetzt schöner, die Strecke jetzt etwas schöner. Und das Ganze passt perfekt. Zusammen, oder? Also es war keine schlechte Idee, da ein bisschen im Workshop herumzustöbern, beziehungsweise auch war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Spiel jetzt gemeint hat, das müssen wir kurz stecken bleiben. Ja, das gefällt mir. 100 kmh haben wir auch. Ja, und jetzt müsste der Bahnschranken zu sein. Wenn man nämlich die Signale zu knapp an den Bahnübergängen setzt, dann gehen die Schranken erst zu spät zu. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, aber das ist perfekt. Wieder etwas geschafft. Das bedeutet, wir haben jetzt Eisenstadt mit Gütern versorgt und somit müsste Eisenstadt auch größer werden und eventuell bald mehr Passagiere für Wien bereitstellen. Das ist ja das große Ziel, dass die größeren Städte, also allen voran Wien soll natürlich die größte Stadt werden, aber Wien, St. Pölten, Eisenstadt, Bratislava, die sollen mal auf jeden Fall ganz groß werden und der Rest sollen eigentlich mitziehen. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Das werden wir uns dann nochmal kurz ansehen, bevor wir quasi am Ende der heutigen Folge sind. Jetzt fällt mir gerade ein, weil ich da sehe, dass die Autos neben uns herfahren, dass wir ja vergessen haben, ich glaube, wir haben oben bei Gensandorf vergessen, die Straße zurückzugeben. Wer fährt hier mit 120 kmh den Bahnhof? Ich finde das so genial. Gut, auch die Strecke ist soweit abgeschlossen. Da kommt schon der nächste Zug. Dann haben wir das auch. Das haben wir auch ein bisschen aufgehübscht und sieht natürlich jetzt gleich viel, viel schöner aus. Noch ein kurzer Kontrollblick. Tatsächlich, wir haben vergessen, die Straße hier zurückzugeben. Das machen wir aber jetzt noch schnell. Was haben wir denn hier? Ah, das sind diese Zäune. Genau das. Kann man das so machen? Nee, eigentlich mag ich das so nicht haben. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht so haben. Wie komme ich da jetzt am besten durch, ohne dass wir... So, komme ich da am besten durch. So, machen wir das. Gehen wir die Straße zurück, dann ist das Ganze in Ordnung. Hier müssen wir noch einen Bahnübergang setzen. Setzen wir den hin. Genau. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Und mit dem Bild werden wir quasi für heute aufhören. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dois aufhören. Tales. Tschüss. Tschüss. Tschüss.